Doch Gelita stellt nicht nur Gelatine her, sondern ist auch auf ganz anderen Gebieten tätig. So gehört zum Konzern auch ein Bereich, der sich mit dem Thema Medizin und Gesundheit befasst. Wir alle streben nach Lebensfreude und Genuss. Eines der wichtigsten Dinge, die wir erhalten wollen, ist die Beweglichkeit. Eine Beeinträchtigung der körperlichen Mobilität durch schmerzende Gelenke ist eine Qual. Die Ursache solcher Gelenkprobleme lautet Knorpelverschleiß. Und der entsteht durch die alltägliche Belastung der Gelenke, zum Beispiel durch sportliche Aktivitäten oder aber auch durch Übergewicht und den Alterungsprozess. Gelita hat durch intensive Forschung einen neuen Wirkstoff entwickelt, der den Knorpelverschleiß mindert. Dies ist durch zahlreiche internationale Studien belegt. Der einzigartige Wirkstoff FortiGel reduziert den Verschleiß der Knorpel zuverlässig und lindert Gelenkbeschwerden. FortiGel besteht aus bestimmten Aminosäureketten, die den Knorpel stimulieren, sich selbst zu regenerieren. So wachsen mit der Einnahme quasi automatisch neue kleine Stoßdämpfer zwischen den Gelenken. Damit erlangen also dank FortiGel Gelenke ihre ursprüngliche Beweglichkeit zurück. Auch in einem ganz anderen Bereich ist die Gelita-Forschung führend, nämlich bei der Wundversorgung und Behandlung. Bei Gelita werden medizinische Schwämmchen entwickelt und hergestellt, die bei unzähligen Operationen oder bei der operativen Nachbehandlung weltweit zur Blutstörung eingesetzt werden. Das Besondere daran ist, dass die Gelita-Produkte nicht wieder entfernt werden müssen, sondern sich im Körper auflösen und damit für die Betroffenen eine wesentliche Erleichterung darstellen. Tja, da sieht man mal, wie sehr Gelita unser Leben täglich verbessern kann. Gelita. Improving quality of life.